Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 30 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 635 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017